Musik 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 Ja, dann fangen wir doch mal so an, wie man nie anfängt. Das Schönste bei einem Interview sind manchmal die Vorgespräche. Ich habe eben gerade mitgehört, dass mein Kollege, der jetzt in der Kamera steht, auf der gleichen Schule war wie Sie. Wo war das und warum ist das so etwas Besonderes? Dass Sie auf so einer Schule waren, verstehe ich aber eher an der Arme. Er macht aber einen netten Eindruck. Das war in Ahrensburg die Sturmahnschule, eine gute Schule, sehr berühmte Schule damals, die gerade auch vor einigen Jahren ihr 100-Jähriges feierte. Und ja, der Jonathan Mese und ich sind die berühmtesten Schüler dieser Schule. Also war ich da auch eingeladen und das war alles furchtbar nett. Einmal im Leben, Motto Ihres Lebens? Also, nee, nicht unbedingt, aber gerne manches nur einmal. Zum Beispiel was nur einmal? Na, ich muss sagen, meine Ehe, das war das Beste, was mir passieren konnte, auch gleichzeitig das Schlimmste, als mein Mann starb. Da denke ich gar nicht dran, so etwas nochmal zu wiederholen. Innerlich ist das abgehakt. War also nur einmal eine große Liebe. Die richtig große. Gab schon auch andere davor oder auch ein bisschen danach. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber wir machen ja ein Gespräch über Radio und Fernsehen und über Karrieren bestimmter Leute, die diese Programme geprägt haben. Welche sind Ihre persönlichen Erinnerungen an Radio und Fernsehen? Also erstmal die ersten Erinnerungen an den NDR. Die fanden schon statt, da war ich 15. Wir wohnten dann schon in Harburg. Und es gab damals im Radio einen Abend für junge Hörer. Und da habe ich mich beworben und bin tatsächlich angenommen worden. Gerlach machte das. Und da waren wir so zwölf Menschen, junge Menschen, die dabei sein durften. Und dann wurden wir nacheinander gefragt, was wir gut an der Sendung fanden oder schlecht. Und ich war so die Vorletzte. Also alle hatten schon irgendwas gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Mir klopfte das Herz immer mehr, weil ich dachte, oh Gott, was sagst du denn jetzt noch? Irgendwas ist mir dann doch eingefallen. Aber das war meine erste Berührung mit einem Mikrofon. Ein Mikrofon vor mir. Und das Herz pochte und du kriegst es trotzdem was raus. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie rausgekriegt? Wörter. Ja, Wörter. Wissen Sie noch was? Nein, aber bestimmt, dass mir die Sendung besonders gut gefallen hat. Besonders Angela Schmidt, die damals Gedichte las. Und dass ich sehr dankbar bin, dass ich da sein durfte mal. Obwohl ich Schauspielerin werden wollte. Nicht zum Radio gehen. Sie sind geboren in Hamburg, Harburg, aufgewachsen in Berlin. Nein, das stimmt nicht ganz. Nein? Dann erzählen Sie doch einfach mal, was auch immer man über Sie liest. Ihr eigenes Buch, selbstverständlich, aber dann auch, was es in den Archiven gibt. Klären Sie es doch jetzt mal auf. Wie war es genau? Wann, wo geboren? Also ich bin in Berlin geboren. Ja. Am 25. Januar 1943, übrigens mit Roy Black zusammen. Der hat am selben Tag wie ich Geburtstag, aber der ist irgendwo im Süddeutschen geboren. Egal. Und dann sind wir irgendwann nach Ahrensburg umgezogen. Da war ich so vier. Und als ich 14, fast 15 war, sind wir umgezogen nach Harburg. Dort kam ich auf ein Lyzeum, ein reines Mädchen-Gymnasium. Okay, und dann wusste ich aber doch schon in der Zeit, dass ich Schauspielerin werden will. Bin auch mal, ohne dass meine Eltern das wussten, nach Hamburg gefahren zu Josef Offenbach. Ich hatte ihn angeschrieben und er sagte, ja komm. Und dann habe ich auf der heiligen Probebühne des noch heiligeren Schauspielhauses Josef Offenbach vorgesprochen. Wusste gar nicht, wie das geht. Und er sagte, pass auf, mach dein Abitur und danach kommst du zu mir oder zu Eduard Marx auf die Schauspielschule. Und das haben Sie dann gemacht? Das habe ich dann gemacht. Da kamen nur noch zwei Jahre England-Frankreich dazwischen, weil meine Eltern überhaupt nicht einverstanden waren mit dieser Wahl. Und ich dann auch im Krach von zu Hause weg bin und auch zwei Jahre mich gar nicht gemeldet habe. Erst als ich zurückkam, bei einer Freundin wohnte und die Schauspielschulprüfung bestanden hatte an der Staatlichen Hochschule. Da bin ich dann unangemeldet bei meinen Eltern gewesen. Es gibt, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, es gibt Werfe über Dagmar Berghoff. Es gibt ja wohl kaum eine Zeitung, die nicht über Sie geschrieben hat. Und trotzdem ist aufgefallen, meinen Kollegen und mir, Sie sind mal durch die Funkprüfung beim NDR durchgefallen. Was ist das gewesen? Tja, wir waren auf der Schauspielschule im letzten Semester, als die Funkprüfung anstand. Und alle, ich auch, machten sie. Und da sagte Herr Zink, hieß ja damals, sprechen Sie doch mal irgendwie nicht so deutlich. Und da sagte ich, ich spreche doch nicht deutlich. Also ich hatte die absolute Schauspielsprache für eine Bühne drauf. Und da bin ich durchgefallen. Viele Jahre später, als ich zurückkam zum NDR, habe ich ihm das erzählt. Sagte er, ich, ich lasse doch keinen durchfallen. Das ist also kein so ein Talent. Ich sagte doch. Aber dann habe ich Ihnen geschrieben, sagt er, dass Sie sich wiederbewerben sollen. Okay. Hat er das geschrieben, dass Sie sich wiederbewerben sollen? Nee, eigentlich nicht. Also gestatten Sie mir, ich habe Sie als Fernsehzuschauer zum ersten Mal wahrgenommen 1972, einmal im Leben von Dieter Wedel. Ja. Wie fanden Sie denn das Ganze, also die drei Teile über die Familie, die ein Haus baut und alles erlebt, was früher schief ging und heute auch? Ja, und das war das Spannende daran war, wir haben ja an einem echten Hausbau gedreht. Das wurde gebaut, dieses Haus, und ein halbes Jahr später spielten wir die Eröffnung dieses Hauses. Und zwischendurch war noch viel mehr passiert, als das, was im Drehbuch stand. Dass du irgendwie sagst, es kann nicht sein, dass da zusätzlich noch so viel mehr passiert war. Also es war spannend, es war schön, in dieser Crew zu sein und auch mit diesem wirklich tollen Regisseur arbeiten zu dürfen. Ich halte ihn für einen der ganz, ganz großen Regisseure. Hatten Sie persönlich eine besondere Beziehung zu Dieter Wedel? Ja, wir waren auch kurze Zeit mal liiert. Ja. Aber abgesehen davon. Und warum ging das auseinander? Ich bin ja neugierig, wie Sie merken. Ach, das ist schon so lange, das ist schon, ach. Die erste Ausgabe der Tagesschau für Sie war wann? Das war eine 16 Uhr Ausgabe am 16. Juni 1976, Geburtstag meines Vaters. Normalerweise waren wir immer alle zu Hause in Harburg, aber diesmal saßen alle vorm Schirm und ich hatte meine Premiere. Die 16 Uhr ist ja so eine kleinere Ausgabe, das waren damals fünf Minuten und damit hatte ich meinen Einstieg. Kennen Sie das Thema noch, das Aufmacherthema der 16 Uhr am 16.06.? Ja, das war ein Diplomat, ein amerikanischer Diplomat, glaube ich, der im Libanon entführt worden war. So was muss das gewesen sein. Also gleich eine politische Top-Meldung. Wie kamen Sie da hin zur Tagesschau? Wie kam man da hin? Ja, ich war nun sieben Jahre beim Südwestfunk und hatte alles erreicht, was man da erreichen kann. Ich war Hauptfernsehansagerin, Rundfunkmoderatorin, habe auch zwischendurch manchmal ein bisschen synchronisiert und dachte, oh Gott, da war ich 33 oder 32. Dass ich dachte, oh Gott, und jetzt soll das ewig so weitergehen. Und mein heimlicher Traum war immer Hamburg. Hier bin ich aufgewachsen und ich fühlte mich auch immer als Hamburgerin. Und ich suchte irgendeinen Weg, um zurück nach Hamburg zu kommen und das gelang dann auch 1975, ohne dass ich hier was hatte. Aber ich habe gedacht, ich arbeite doch gerne, da werde ich schon was zu tun kriegen. Ich bin also zu sämtlichen Studios gefahren, habe mich vorgestellt, ich bin hier, auch zum NDR. Ja, Fernsehen und Hörfunk und nichts passierte. Und in Baden-Baden hatten sie gesagt, ja, sie können doch zehn Tage hier arbeiten. Also die wollten mich ungern gehen lassen, netterweise. Und dann sind sie in Hamburg. Nein, habe ich gesagt, wenn auch nur eine Minute zu lesen ist, muss ich in Hamburg sein. Ich stellte aber bald fest, dass dieses Angebot ein Gottesgeschenk war, weil ich verdiente nichts in Hamburg. Und so habe ich dann gemacht, ein Dreivierteljahr. Ich habe zehn Tage in Baden-Baden gearbeitet, morgens Radio, abends Fernsehen und so, um hier in Hamburg erstmal leben zu können. Und nichts passierte und ich dachte, muss ich zurück? Wollte ich natürlich nicht. Muss ich woanders hin? Da kenne ich keinen. Und dann war wie ein gordischer Knoten. Zu Weihnachten riefen meine Eltern mich an. Der NDR hat angerufen. Ich sofort beim Fernsehen angerufen. Ja? Nee, wir haben sie nicht angerufen. Wieso sind sie in Hamburg? Wir sehen sie doch aus Baden-Baden immer noch an. Sagen. Und dann hat sich das gelöst. Und dann ging das alles irgendwie erstmal ganz schnell. Ich kriegte Buchbesprechungen im Radio durch einen Freund. Ich kriegte die ersten Fernsehansagen. Und will nur eine Geschichte erzählen, die auch das Glück zeigt, das ich hatte. 1975, ich hatte also nichts beim NDR, ruft mich der damalige Fernsehdirektor an und sagt, Marie-Luise Steinbau und Christian Müller machen die Schaubode nicht mehr. Hätten sie Lust, die zu übernehmen? Und da habe ich gedacht, nach dieser beliebten Marie-Luise muss jede Moderatorin scheitern. Muss sie. Und habe aus dem Bauch heraus, obwohl ich eben nichts hatte, gesagt, nein. Hätte ich da gesagt, hätte Herr Köpke mich nie, nie für die Tagesschau vorgeschlagen. Das war ein absolutes Bauchgefühl. Und ich habe mich hinterher gefragt, oh Gott, hast du jetzt den Riesenfehler deines Lebens gemacht? Aber gut, das weiß man nicht. Aber es war die richtige Entscheidung. Von der Schaubude in die Tagesschau geht gar nicht. Das geht gar nicht. Umgekehrt wird es auch schwierig, aber ginge eher vielleicht oder über Talkshow. Das ginge sicher nicht eher. Nein, und dann hat Herr Köpke mich irgendwann im Radio wohl gehört. Jedenfalls rief der Techniker an, du, Karl-Heinz Köpke, ist da für dich am Telefon. Und das war wirklich damals 1976, wie wenn Hollywood einen Schauspieler in Deutschland anruft. Und ich dachte, was will denn dieser große Moderatorin mit dieser kleinen Frau, die da ein bisschen redet am Radio. Ich wusste nicht, dass der NDR für eine Nachrichtensprecherin castet oder vorsprechend macht. Ich wusste auch nicht, dass sie schon einige Frauen gecastet hatten. Und kam da hin und er hatte noch zu mir gesagt am Telefon, Sie haben ja so eine ganz nette Stimme. Sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da dachte ich, der muss dich doch kennen. Ich war immerhin jahrelang die überregionale Fernsehansagerin des Südwestfunkes, des damaligen Südwestfunkes. Und als ich ihn dann traf zum Vorsprechen, meinte er ja, natürlich kannte ich Sie. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine nette Stimme. Also Köpke, was mussten Sie tun, damit er denn seinen Segen gibt und Sie... Ich musste vorsprechen. Und zwar, es war auch eine 16 Uhr, die er gelesen hatte und er gab mir sein Manuskript. Und dazu muss man wissen, dass jeder Sprecher sein eigenes Manuskript hat. Da kommen Zeichen rein, wann man Luft holt, wann die Sätze durchgelesen werden müssen, wann man Abtrennungen macht oder wann man die Sätze auch nicht so durchlesen kann. Also das macht jeder Sprecher für sich. Und Köpke hat sehr harte und viele und dicke Striche gemacht. Ich habe immer weniger gemacht. Ich konnte den Satz dann besser übersehen. Und ich habe mich bei diesem ersten Vorsprechen ein- oder zweimal vielleicht sogar versprochen. Und habe dann danach zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Köpke, falls ich noch einmal die Chance hätte, hier vorzusprechen, dann bestehe ich auf einem eigenen Manuskript. Ich kann in Ihrem nicht lesen. Und ich glaube, dass ihn das beeindruckt hat. Denn er musste daran erkennen, dass da ein junger Profi ist und nicht jemand, der nun mal eben hier so herkommt und die Tagesschau lesen will. Erkennen Sie auch noch das Vorurteil, was man über Köpke erzählt, dass er eigentlich gegen Frauen in den Nachrichten-Sendungen war? Ja, natürlich. Frauen müssen weinen. Es war eine Männerregel da in der Tagesschau. Und es war eben so, Köpke war ja gezwungen worden, von der Chefredaktion nach einer Frau zu suchen. Und er hat ja immer gesagt, dass Frauen keine Nachrichten sprechen können. Die weinen bei Unglücken. Im Sport sagen sie immer, scheiteln 0,7 oder sowas. Und von Politik verstehen die überhaupt nichts. Und es fiel ihm schwer, dann doch zuzugeben, dass die da, nämlich ich, das doch konnte. Tagesthemen von Peter Merseburger erfunden, hatte eins der ersten Sendungen. Und er fand es nicht gut, dass dann der Nachrichtensprecher, der 20 Uhr, in Tagesthemen da nur sitzt und eine Nebenrolle hat, sprich die Nachrichten in dem Format Tagesthemen. Und da hat er auf sich aufmerksam gemacht, indem er permanent mit den Papieren geraschelt hat, während die Moderation für die einzelnen Tagesthemenbeiträge lief. Es gab einen Riesenskandal, Bild-Zeitung, und hatte er den Spitznamen weg. Aber zeichnet Sie das aus, dass Sie keinen Spitznamen hatten? Weiß ich nicht. Ich fände das schon ganz witzig. Also wie zum Beispiel Wilhelm Wiem, der hieß immer der Prinz. Der Prinz. Ja. Da hätte ich Sie auch gefragt. Sie haben eine besondere Beziehung zu Wilhelm Wiem. Ja, wir sind gut befreundet. Ja. Über all die Jahre jetzt schon. Jetzt weiter zu der Tagesschauzeit. Das werden Sie sicher oft gefragt, aber man kann es gar nicht oft genug hören. Was war denn Ihr schönster Versprecher? Naja, da gab es mehrere. Also einmal war, dass ich irgendwie falsch angefangen habe und dem Kontrollparlamentarischen Kontroll mich also total versprochen habe. Total. Und dann nur sagte, also ich fange den Satz nochmal ganz von vorne an. Oder der schönste, sicher, weil er oft wiederholt wird, ist dieser Lacher. Dieser Lachkrampf bei den Lottozahlen, der Gott sei Dank in den Lottozahlen endete. Und nicht irgendwo bei einer schrecklichen Nachricht, wo ich irgendwie vorher in der Redaktion gesagt habe, Boris Becker hat im, das heißt World Tennis Championship WTC Turnier gewonnen. Und ich sagte, ha, soll ich mal sagen, Boris Becker hat im WTC gewonnen. Und die anderen, ha, machst du doch nicht. Wie heißt das Turnier? Und so ging ich ins Studio. Und wollte das eben machen wie eine Schauspielerin Boris Becker hat im und dann ein Blick nur für die Redakteure WTC gewonnen, wollte ich. Boris Becker hat im WCT gewonnen. Also ich hatte mich vertan und daraufhin brach eine Lachsalve im Nebenraum aus, weil die Leute das ja alle mitgekriegt hatten und ich konnte nicht mehr an mir halten und schluchzte und bibberte irgendwie über die Lottozahlen, entschuldigte mich pausenlos, bekam wieder ein Lachkrampf, ich bekam die überhaupt nicht zu Ende. Aber das ist schön, das hat sie auch liebenswert gemacht, bekannt gemacht, das ist sympathisch. Weil da Menschen sitzen und keine Sprechmaschinen. Richtig, das ist nämlich die Frage, was ist das Wichtige bei einem Nachrichtensprecher? Naja, einmal schon die absolute Objektivität, vor allem bei politischen Meldungen. Ich war ja der Meinung, bei schrecklichen Meldungen darf der Sprecher die Stimme senken oder auch mal eine Mini-Minipause machen, vor allem den Blick runter, muss er runter tun, finde ich. Also gerade bei den ganzen Anschlägen und da wurden ja manche Sachen gezeigt, die grauenvoll waren. Weil ich fand, der Zuschauer sieht es ja auch zum ersten Mal und aus meiner Sicht war da eine Nanosekunde von Verbindung zwischen dem Sprecher und dem Zuschauer. Eigentlich war das unerwünscht. Eigentlich sollte man alles auf einem Ton sprechen. Mir war klar, dass man bei einer politischen Meldung nicht mit den Schultern zucken oder den Augen rollen darf, klar. Aber bei den Meldungen habe ich mich durchgesetzt und habe dann Pause gemacht und dann erst weitergeredet. Aber man muss weiterreden können. Man darf also nicht in Tränen ausbrechen. Nur man kann Mitleid zeigen im Augenblick, denke ich, auch als Sprecher. Die traurigste Meldung Da gab es auch mehrere. Als Schleier gefunden wurde, Hans-Martin Schleier, da hatte ich Dienst. Und das war so traurig, weil vorher war diese Aufregung, wo ist er? Und die RAF spielte so eine große Rolle in der Zeit. Das war wirklich traurig. Oder auch als dieses entsetzliche Flugzeugunglück da in Rammstein war. Das war eine Flugschau. Sonnabend, Nachmittag, alles strahlte. Leute waren froh, happy, glücklich, flanierten da rum. Und dann stießen drei Flugzeuge in der Luft zusammen. Und eine Feuerwalze senkte sich über die weglaufenden Menschen. Da stockte mir wirklich der Atem. Da hätte ich kaum weiterreden können, fast, als ich das sah. Denn du kriegst die Filme ja nicht zu sehen, meistens, vorher in der Redaktion. Du siehst sie auch erst dort. Das war, also mit das furchtbar war es eigentlich, was ich mache. Oder manche Attentate. Zum Tod von Elvis Presley. Das findet man auch in den Meldungen und Geschichten über Sie. Was war da das Besondere? Ja, das war ein Nachtdienst, weiß ich noch. Also Nachtdienst damals um 10 Uhr war der. Und ich kriegte nur ein abgerissenes Fernschreiben, mach was draus, hingelegt. Weil das so neu war, diese Meldung. Was haben Sie draus gemacht? Ich habe, glaube ich, draus gemacht, Elvis Presley ist tot. Wir alle sind bestürzt. Sie erinnern sich bestimmt an Lieder wie. Und dann habe ich zwei oder drei gesagt. Aber da klopfte mein Herz schon, weil das so schnell alles gehen musste. Sie haben auch Talkshows gemacht. Sie haben auch schon über die Zirkussendung geredet. Bundes Presseball. Musste das sein? Das andere neben der Tagesschau? Ich meine, da ist man doch schon oben im Olymp. Das Beste. Man ist eine Ikone. Man ist die bekannteste Persönlichkeit. Warum noch? Man wird auch gefragt. Also man wird gefragt und das ehrt ein. Also Zirkussendung aus Paris war 1978, zwei Jahre nach der Tagesschau, war die erste große Sendung, die mir angeboten wurde mit französischen Interviews. Übrigens, damals war ich ja nun schon lange weg aus Frankreich und dachte, ich weiß nicht, ob ich das auf Französisch noch kann. Aber dann habe ich gedacht, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit und habe Unterricht genommen. Privatunterricht, den ich auch selber bezahlt habe natürlich. Um wieder in Konversationen reinzukommen. Ich wurde also gefragt und fand die Aufgabe spannend. Und habe auch keinen gefragt bei der Tagesschau. Ich habe das einfach gemacht. Genauso eigentlich all die anderen Sendungen. Ich habe nie gefragt. Das macht dieses Interessante an dem Berufsbild aus. So ein bisschen vielseitiger sein. Aber die Hauptsache muss die Tagesschau bleiben. Und man muss dort auch weiterhin seriös bleiben. Während bei den anderen Sendungen man auch mal aus sich rausgehen kann. oder lachen kann oder so. Mir hat mal einer geschrieben, mein Gott, Sie können ja auch lachen. Ich dachte ja, ich bin ein normaler Mensch. Gut, Sie haben auch schon gelacht. Das haben wir auch schon besprochen. Das sind die Höhepunkte, die ja nun Fehler, Pannen, Pleiten, Pech und Pannen wird immer geschnitten und gesammelt. Und dann ist es in Unterhaltungssendungen immer das Highlight. Jetzt sind wir bei der Chefsprecherin. Krönungsberufs 95 bis 99. Was macht ein Chefsprecher, eine Chefsprecherin? Was ist der Job? Also er repräsentiert die Sprecher und die Tagesschau auch nach außen hin sehr viel. Er muss, das musste ich gleich, Gagenverhandlungen führen. Und überhaupt schwierige Verhandlungen, weil zu der Zeit einer der Tagesthemen-Moderatoren irgendwo aufgetreten war. Das war öffentlich und das ging nicht. Daraufhin wurde auch den Sprechern, die alle frei sind, außer Köpke und Stöckmann, nie welche angestellt. Also wir sind alle freie Mitarbeiter gewesen und sind es noch. Da sollte denen verboten werden, je Nebenjobs in Firmen oder für Firmen dabei so großen Abenden aufzutreten. Und das geht natürlich nicht. Und dann musste eben eine Verhandlung her mit Justizia, mit, Intendant war nicht dabei, aber Chefredakteur der Tagesthemen, Herr Deppendorf war das damals, und mir. Und die hatten noch Leute mitgebracht und ich hatte auch Eva Herrmann und Wilhelm Wieben mit dabei als Unterstützung. Und das, glaube ich, habe ich ganz gut hingekriegt. Was war die Lösung? Was kam dann am Ende dabei aus? Die Lösung war so, dass wir Bescheid sagen mussten, im Gegensatz zu sonst, wenn wir was hatten, aber das wurde in der Regel genehmigt. Haben Sie die Listen kontrolliert im Sinne, wer spricht die 20 Uhr? Nein. Gab es da Gerangele? Also alles, was nicht 20 Uhr ist, ist die Hälfte wert? Ja, eigentlich schon. Das ist nach wie vor die Hauptausgabe. Es war so, dass der Chefsprecher zwei Sendungen in der Woche machte und die anderen sich das teilten. Nur dadurch, dass manche weg sind oder krank sind oder im Urlaub sind, die anderen kommen dann öfter dran und wenn der zurückkommt, dann gleicht sich das wieder aus. Es hat sich irgendwie ausgeglichen. Warum haben Sie eigentlich aufgehört bei der Tagesschau? Altersmäßig wäre es doch noch gegangen. Ja. Auch heute noch. Naja. Na, doch. Ja? Also als ich 50 wurde, Wickert ist einen Monat älter als ich. Einen Monat. Hat jeder, aber auch jeder Journalist gefragt, wie lange wollen Sie denn noch? Ach, das gibt es doch nicht. Im Ernst. Und nach dem dritten Mal habe ich mir überlegt, ich muss mir irgendwas ausdenken. Irgendeine gute Antwort darauf. Und war sehr stolz, dass mir selber das eingefallen ist, zum Jahrzehntwechsel. Also 1999 auf 2000 Silvester dann, weil dann ist das Jahrzehnt zu Ende, das Jahrhundert ist zu Ende, das Jahrtausend ist zu Ende. Die letzte Nachricht im alten Jahrtausend, die spreche ich und danach die anderen. Und das rückte immer näher, immer näher. Und ungefähr so zwei Jahre vor diesem Zeitpunkt sagte mein Mann, der damals pensioniert wurde, mal, du hast ja nie Zeit. Und dann dachte ich, oh, hoppla, das ist nicht gut. Und dann dachte ich, dann ist das der richtige Zeitpunkt, dann bleibt es dabei. Unser Programmdirektor damals, Fernsehdirektor, sagte, Mensch, denken Sie sich doch ein anderes schönes Datum aus. Wie können, ich gebe es Ihnen schriftlich, wenn Sie wollen, Sie können bleiben. Da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist schon das größte Kompliment, das Sie mir machen können. Aber ich nehme dieses Superdatum. Ein besseres kriege ich nicht in diesem Leben. Und also habe ich es gemacht. Haben Sie es bereut an diesem historischen Datum? Die letzte Meldung des ausgehenden zweiten Jahrtausends ist, Dagmar Berghoff hört auf. Nein, nein. Erstmal war der Abend so wunderbar. Es war ja Silvesterabend. Alle Redakteure waren vor ihren Partys gekommen. Es war ja die 20 Uhr. Alle waren da. Alle mit einer Rose in der Hand und mit einer Wunderkerze in der anderen. Und alle riefen über Dagmar, Dagmar, alle. Das war grandios. Und dann hat übrigens der NDR mir noch ein Fest geschenkt im Januar. Und ich habe dann irgendwann mal angerufen, und ich sollte einladen, wen ich wollte. Und ich habe dann mal angerufen in der Pressestelle, ich habe jetzt schon 100 Leute, geht das? Ja, machen Sie mal. Was ich nicht wusste, dass die Pressestelle alle Korrespondenten, die ich ja kannte durch die Berliner Auftritte, alle Korrespondenten, alle Intendanten, alle Eingeladenen hatte, um mit mir da zu feiern. Und ich die alle sah und das waren so 350, 400 Menschen dann. Und irgendjemand sagte, so ein Büffet haben wir ja hier noch nie gehabt. Also es war ein tolles Fest. Ja, zu recht. Ich bin also weggegangen, wirklich mit aller Euphorie und mit dem Rückblick auf ein fantastisches Berufsleben. Und jetzt muss ich dann doch wieder ernst werden. Ein halbes Jahr nach dem Abschied wurde mein Mann ja krank und wir bekamen die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann lebte er noch sieben Monate. Da hätte ich aufhören müssen. Und zwar gezwungenermaßen, weil das kannst du nicht alleine durchstehen. Und ich wäre sowieso dann immer zu Hause gewesen. Also denke ich immer, vielleicht sollte es alles so sein. Haben Sie die Tagesschau mal auch inhaltlich kritisiert? Und tun Sie das heute, wenn Sie sie sehen? Ja, wegen einzelner Wörter. Es gab mal ein Wort wie geklaut in der Tagesschau. Das kann nur gestohlen heißen in einer Tagesschau. Oder das, was auch in der Redaktion ein großes diskutiertes Thema war, war, als Daniel Kübelböck mit seinem Gurkenlaster da irgendwie umkippte. Das war ein Thema in der Tagesschau. Wenn der gestorben wäre, okay, dann hätte das in die Tagesschau vielleicht gehört. Oder Boris Becker Scheidung. Eine Scheidung von Boris Becker gehört nicht in die Tagesschau. Das war aber auch in der Redaktion heiß diskutiert. Ja, das ist die heiße Diskussion in der Redaktion, ob Meldungen, die sehr große Teile der Bevölkerung durchaus interessiert, also alles, was mit dem Begriff Boulevard zusammenhängt. Ja, waren ja immer große Geschichten, ob man Siege von Fußballmannschaften als Aufmacher in der Tagesschau bringt. Wie finden Sie das? Was ist eine Tagesschau für Sie? Was ist das Entscheidende bei einer Nachrichtensendung? Also einmal denke ich, dass es seriös recherchierte Meldungen sein müssen, was ja auch gemacht wird bei der Tagesschau. Wenn eine Meldung rauskommt und brisant ist, wird sie nicht einfach übernommen, sondern da wird dagegen gecheckt. Entweder werden die Korrespondenten vor Ort angerufen, oder man muss mindestens noch zwei, drei andere Quellen haben, die das bestätigen. Dann erst wird sie rausgelassen. Rausgelassen. Und das ist nach wie vor so, finde ich. Was gefällt Ihnen generell am heutigen Programm? Nicht nur Tagesschau, Tagesthemen gesprochen. Was sehen Sie noch im Fernsehen? Was finden Sie gut? Was muss man ändern, damit es besser wird? Das ist ja eine Grundsatzfrage. Ich sehe gerne Nachrichten nach wie vor. Nach wie vor Junkie, Nachrichten-Junkie. Bin ich durch die Tagesschau geworden. Informationssüchtig. Ich sehe gerne Dokumentationen, wie im ZDF Terra X zum Beispiel. Das sind so Fiktionen, Dokumentationen. So was sehe ich gerne. Ich sehe gerne Filme, die so zwielichtig Horror haben. Also wo erst zum Schluss irgendwas Schreckliches noch wirklich passiert oder sich das aufkehrt oder irgend so was. Also so ein bisschen sensible Filme. Was sehe ich denn? Ich sehe gerne Rote Rosen, muss ich gestehen. Eine Serie, die mich zwingt, eigentlich immer mittags um zwei zu Hause zu sein. Aber es gibt ja die Mediathek. Und als zweite Serie sehe ich gerne In aller Freundschaft am Dienstagabend. Kann man auch in der Mediathek dann nachgucken. Sonst finde ich Serien schrecklich und auch Mehrteiler, weil sie mich zwingen, dann und dann Fernsehen zu gucken. Ja, warum ist Rote Rosen für Sie erfolgreich? Na, das fing an, es gab eine Schauspielerin, Doris Kunstmann, die ich gut kenne und die ich bei einer Talkshow vor Jahren sehe und sage, was machst du denn, Doris? Ich bin bei Rote Rosen. Ach, was ist denn das? Ja, das läuft immer nachmittags, weil nachmittags gucke ich eigentlich nicht Fernsehen. Und dann habe ich reingeguckt und tatsächlich, sie hatte da eine große Rolle. Inzwischen ist sie längst in Australien laut Drehbuch. Das Personal hat schon fünfmal gewechselt. Und sie haben einen immer am Haken mit neuen Storys. Und du willst auch die der alten verfolgen, wie geht das weiter? Wenn die neuen Leute reinkommen, die werden dann schon lange eingeführt. Und so haben sie einen dann am Haken. Also es gibt weit über, ich glaube 2.248 Folgen gibt es. Ich bekenne mich, ich habe wenige nicht gesehen. Von Rote Rosen? Ja, natürlich. Was? Das ist die beste Sendung, die beste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen. Ach nee, das sagt ein Mann? Ja, sicher. Warum? Ja, das ist eine Serie für Frauen. Meine letzte Frage ist, haben Sie eine Frage an uns? Nein, ich habe nur ein Kompliment, wie das hier läuft und wie entspannt das ist. Und dass man herkommt in den NDR, ich ja nach einiger Zeit auch wieder. Und mich eingestellt habe auf ein ganz anderes Gespräch, was nicht so läuft, wie Sie das mit mir machen. Na gut. Ganz toll. Dann machen wir jetzt das Licht aus. Danke. Tschüss. Tschüss.